Warum kriegen Orks eigentlich keine Schnurrbärte? Das sähe voll mächtig aus. Ich meine, guck mal, was der für eine Oberlippe hat. Ja, das stimmt. Alter. Ja, vielleicht kriegen sie einen, oder wie sie wollen. So wie von... Ach so, ja. Dennis hier, Spongebob. Hm. Äh, pfff, bist du eine Meerjungfrau? Ja, vielleicht sind auch alle Orks Meerjungfrauen. Das wär's überhaupt. Das wär so drei. Ja. Ja, geil. Hm. Ach, schon wieder zwei Unsichtbare. Ich krieg's kotzen, ja. Och, ja, toll. Mit Murky gegen zwei Unsichtbaren. Ja. Ich weiß, dass er Murky heißt oder irgendwie so hat, ne? Murky, Murky. Murlock ist. Murlock. Aber wir nennen ihn Murky. 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 Murat. Nein. Nichts gegen Leute, die Murat heißen. Freimulat. Wird ich gegrüßt. Oder auch nicht. Je nachdem, mach was du willst. Steht ihr zumindest halbwegs in diesem Land frei. Nicht irgendwelche anderen Leute kommen. Tja, das heißt, ich renne im Endeffekt hinter Lili her. Ja. Jinger Tarnes kommt man... Nicht an als Einzelner. ...Zingren nicht an. Kleiner brauch ich mir auch gar nicht erst versuchen. Der hat Hilfe bis dahin und... ...Zeratula Nova. Ja, die kriegst du, ey. Obwohl, die kannst du höchstens mit einem Wolf treffen. Und das ist ganz schön schwer. Ja. Aber ich find Zeratuls Namen cool. Patch Notes ist schon... ...Nicht schlecht. Read the Patch Notes. Oh. Aber ich spiele noch mit Xavier. Ja. Und der Night Knight. Night Knight. Born to... ...Born to... ...Born to be King, Alter. Gegnerische Lili. Sunrise. Ja. Let's play the Sunrise. Keine Ahnung. Auf geht's. fischfreund ist du mich auf mein äußeres der haka immerhin 3333 ich will euch nie wieder sehen okay so mal schnell mal dahin drücken singularitätskugel ok also unten sind stitches und lehle weiß nicht ob die jetzt noch hier bleiben wollen ich meine die gegen mich kämpfen müssen ja sie waren auch hier bleiben was sie lassen meine das ist ja aber mitte ist schon wieder kritisch okay wir haben zwar zera tool aber war tan ist stresst rum der haka hat schon wieder ein problem die hilfe aber ich wäre auch schon fast tot gewesen achtung zu dir ich hau den einfach einmal in die kinnlade und dann gehe ich wieder weg ja pay attention ich schreibe schon wieder in caps damit ich wichtig wirke hallo oh nein moin moin und hallo viel spät alles klar bei dir halb zehn oder so es ist schon elf fast das stimmt du hast den leuten doch nicht verraten welche zeit wir aufnehmen es ist stream hat also die leute sehen es nicht ja ich kann so viel scheiße labern wie ich will aber trotzdem nicht dafür zu recht schaffen gezogen na ja doch das interessiert halt einfach keinen mann walkbar komm her ach du meinst du kommst noch stitches müsste jetzt hier bei dem abgeben sein passt schon jetzt kommt dann auch um ich habe alles unter kontrolle noch noch ja das problem ist ich bin irgendwie derjenige der hier am defensivsten am defensivsten spiele deswegen dazu ausgekürt wurde alleine zu bleiben die anderen denken sich so jolo die ganze zeit wo es entfesseln den gesamten bürste mit achte ich nur das problem ist es dauert wir müssen das level 10 sein damit ich den ganzen brüste mit schön fesseln kann das war so knapp ne lasst mich einfach nur abgeben so uns fehlt einer echt jetzt was macht ihr denn da schon wieder keine ahnung wir wollen die kämpfen ich komme nicht ran ja nicht scheiße ich habe und um die killer mit kann man einer ein abgeben Er hat wichtiges gut So machen wir jetzt einen super Frisch hier oben Ja lass mich doch mal durch alter ihr steht im weg merkt ihr das nicht alter Nein tun sie nicht Nicht die echte ja wenn die da hinten war dann weißt du bestimmt dass da mein Ei liegt Ich würd's nicht bezweifeln wollen Ja ich pack's lieber woanders hin Ich mag das nicht so auf die Eier geschlagen zu bekommen Ja kann ich gut nachwitzen Ne Moment Ja Nicht ganz Ich versuch mal dem hier zu helfen Auch wenn dem nicht zu helfen ist Dem Neid Neid Beep Beep Unsere Kollegen blockieren mich immer Ich komm nicht durch Das geht mir ein bisschen auf den Keks aber nur ganz dezent Das glaub ich dir Ich seh das nur so ein bisschen auf den Keks geht Ich will da einfach hinterher sprinten und die So nö Oh Alter das hat doch locker gereicht Das ist ja Jania ich hab leider kein Leben deswegen werd ich da nicht eingreifen Sammle die Juwelen da ein und verschwinde Oh den hab ich doch fast gehabt Oh gegnerische Lily hat 33 Münzen Da drin hätte ich Münzen zu lernen Ich kann das ich Juwelen Hm ich sehs Die hat die von klein auf gehoben die meisten glaub ich Was absolut Ich bin Sieh Die ist Die 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 naja wir haben nicht genug und sehen doch noch zehn naja ich hab noch fünf ja mein ich ja wenn wir alle abgegeben hätten ja ja du musst uns mal helfen mache ich bin auf dem weg habt ihr schon wieder nicht die patch notes gelesen dieses scheiß blenden von ihr das habe ich nicht mitbekommen ich habe gerade keinen schaden gemacht einfach weil sie geblendet hat scheiße die hätte ich locker bekommen an sich so kann man das auch bezeichnen fehlen das können zum beispiel jetzt gehe ich jetzt erst mal gut dabei die fische was sind das hier für huren söhne ja ihr seid hinter und was für genies ich komme nicht von da hat er sich aber ein bisschen übernommen ja dass ich sehr übernommen nein verpiss dich scheiß fall sein der hacker du musst nicht mehr abgeben da ist von dem moloch für dem moloch hätte ich auch angst gut greift krieg auf zum gegner angreifen geblendet ja das sind viele hier 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 es ist ich jetzt als professioneller moorlog würde jetzt sagen ja doch vielleicht sogar fünf ja das ist das wäre schon eine gewagte these aber es wird ja drei geht auf alle fälle ja vorrecke irgendwie nerven nicht alle nerven nicht alle ich will nicht sterben kommt zurück verrecke alter hat fällt ihn ein hat da los es war wieder so eine super bombo combo welcher von diesen vollidioten ist eigentlich nach hinten irgendwann hat die juwelen abgegeben werden während wir pushen und drei leute tot sind keine ahnung voll behindert war wie ach kleiner hallo ach scheiße den habe ich nicht gesehen naja egal passt wie hängen also wärmer wird mein pc dann doch nicht mehr maximal habe ich keine ahnung wie hoch die cpu auslösten ist ist jetzt auf 200 grad celsius hoch ja kann jetzt schon wieder drauf zu drauf spucken würde es denn ja erstens zu anfangen zu gehen zu gewinnen ja eine spucke würde anfangen zu gehen ja einfach so komplett verdampfen goll ja wir müssen wiegen machen wir auch eventuell vielleicht dauert noch einen kleinen moment ja kann sich nur noch um stunden handeln jetzt wollen sie von hinten angreifen los du bist mein bollwerk ich kann das andersrum easy we did it we did it we did it we did it wow wau kein weiter Krieger nööööö flaspere ja ja kia ist sofort dahin los 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 tränk 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 es ist die echte nein das nie nein 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 was hat sie getan selbst wird es keine an ist kein anerkanter sport nein definitiv nicht ich bewege mich zu lang hab ihn er dachte sich so ich drehe nochmal um den krieg ich doch ganz einfach wie sie wie sie sich die ganze zeit selbst lobt was hat sie denn ja bin ich gut bin ich gut bin ich gut nein nein niemand sagt irgendwas diese beste beste ich bin super was ist falsch bei ihr best mörlok ja der war geil in der tat gefällt mir so wir beenden hier an der stelle ja man ist ja man sieht sich beim nächsten mal ja würde ich auch sein das ist 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 das